WDR 2 WDR 2 WDR 2 Solide Finanzen sind wichtig Da hat Mutti doch recht Es könnte auch heißen Solide Finanzen brauchen Weitblick Oder Wachstum ist wichtig Wie wäre es mit Weitblick ist wichtig Und Wachstum braucht solide Finanzen Oder Solide Finanzen brauchen Wachstum Oder Brauchtum wächst solide Völlig egal Um Steinbrück zu schlagen reicht auch Gute Schuhe sind wichtig Die Deutschen haben sich an Angela Merkel gewöhnt So wie man sich an Zahnfleischbluten gewöhnt Man weiß es wird böse enden Aber es tut ja nicht besonders weh Und weil die SPD weiß Dass keiner im Land Lust auf eine unangenehme Parodontosebehandlung hat Kann sie auch die Kanzlerin nicht angreifen Mindestlohn und Mietpreisbremse Da ist die Merkel auch für Sie muss es ja nicht umsetzen Sie muss nur dafür sein Diese Frau ist genauso wenig zu fassen Wie das was ihre Regierung so treibt Sie wird ihr Kanzler am Souverän verteidigen Indem sie die Angreifer ins Leere laufen lässt Fußballer machen das mit einer Körpertäuschung Merkel reicht eine Hirntäuschung Links andenken, rechts vorbei regieren Bis neulich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.